Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Cashmier Club. Mein Name ist David Cashmier und Ihr Cash gehört mir. Kennen Sie das? Sie schlagen Ihr Kind und es fühlt sich nicht gut an? Die Blicke der anderen? Weil es verkehrt ist? Herkömmliche Schlagutensilien hinterlassen ein spiegelverkehrtes Logo auf Ihrem Kind. Dies führt zu Mobbing, Hünseleien und schlechten Noten. Traurig, nicht wahr? Aber was wäre der Cashmier Club ohne die Lösung? Die Rebellschlappen mit spiegelverkehrtem Logo! Bei den Rebellschlappen ist das Markenlogo spiegelverkehrt eingearbeitet. Für eine korrekte Abbildung auf Ihrem Kind. Ja! Mit dem Cashmier Club ist das Problem gelöst. Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck, mit dem sich Ihr Kind sehen lassen kann. Und haben wir schon den ersten Anrufer in der Leitung. Ja, bitte! Hallo Herr Cashmier, hier ist die Hannelore. Hallo Hannelore. Zuerst war ich skeptisch, aber die Kinder sind einfach nur glücklich. Mama, Mama, ich höre auch so einfach. Ein Moment bitte, ich muss gerade mal... Und schon wieder ein zufriedener Kunde. Warten Sie nicht länger und schlagen Sie jetzt zu. Keine Sorge Junge, ist ein Rebellgürtel. Logo Inside Out. Danke Baba! Danke Cashmier! Und jetzt neu für den Mann, der Rebellgürtel mit spiegelverkehrtem Logo. Ja! 10. Daniel Musik Warten Nächster Wcol keeps Wunsch 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 Ich Wunsch Wunsch Wunsch